Ja hallo bei Heifem Hinterhof in Berlin. Also hier sitzt ein alter Hase des Heimkinos bei euch oder vor euch und selbst alte Hasen können nervös werden. Wenn Alberto und ich, wir packen gleich zwei Geräte aus, die wir schon seit langen, langen Jahren und immer wieder auf den Messen der Welt so beobachten, hören dürfen und die uns immer wieder aufs Neue verzaubern. Das sind die neuesten Geräte aus der JBL Synthesis Serie, der SDR35 als AV-Receiver mit den neuesten Funktionen und der SDP55, ein AV-Vorverstärker, der auf der Basis von Dirac eine fantastische Einmessung ermöglicht. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.